So Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute machen wir den dritten Teil der Trickshot-Reihe. Heute haben wir wieder schöne Trickshots vorbereitet. Ich wünsche euch viel Spaß, heute mal wieder in einer noch besseren Qualität als davor. Dabei ist natürlich wieder Seno. So, Leute. Willst du noch was sagen? Alles möglich, alles. Alles. So Leute, heute beginnen wir ganz einfach mit Papierkorb-Trickshots. Yes, Dick. Go. Der war so, dass ich mich an. Der war so, dass ich mich an. Ja! Das ist ja. Das ist ja, dass ich mich an. wir machen den längsten longshot den es gibt ja und da ist immer schon der hässlich hinter der kamera steht hier ungefähr 50 meter vom ziel einfach so rein oh mein gott der war so klein so leute von den großen es wird schon mal in die kleinen rünn mach mal und jetzt nehmen wir das xxl ja getroffen aber gilt so die papier-trickschutz sind jetzt endgültig zu ende und sehen und ich werden jetzt diese schönen wasserbomben mit tennisbällen abballern let's go war es gleich für das frei ich muss hinter dich nein oder so leute wir machen jetzt ein paar fußballtrickschutz und zwar gegen die latz ich bin eigentlich sieger nur beim fußball aber ich treffe jetzt sofort für das frei das ist Seht ihr etwa in der Träne? Oh, danke, Alter, scheiß Polen. Ja, oh mein Gott. So Leute, die Trickshots sind jetzt nur zu Ende, aber wie ihr wisst, traditionell folgen jetzt natürlich die Outtakes. Das ist ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, auf geht's zu den Outtakes. Bumm, yo, ah, the thing goes grrrrrapp, pa 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 pa, skiditi pa pa. A-ha, Alter, richtig krank, so schlecht. Oh, Alter, hab ich nun nichts mit oder was ist los mit? A-ha, Alter. A-ha, das ist Sturz. A-ha, das ist Sturz, Alter. Oha. Ich darf es so festwerfen. Du darfst gar nicht werfen. Auf geht's nach Lazy Town. Ich will es nicht. Der wird. Freddy Faulig richtet Schaden an. Der kommt gut, ich merke es. Okay, dann hol die wieder. A-ha, ha, ha. Meine Kampus, ich hab's gespürt. Was? Ja, ein Leiter saufen. Nein. Was? Alter. Ah, Mann. Waaah. Ich krieg aufs Pressbrett. I like Turtles. I like Turtles. I like Turtles. Oder liegt ein Papier links am Boden? Ich heb's mal auf. Uua. Das ist eine der besten. A-ha, mein. Ecke zur Kamera. Hat das was gebraucht? Ich sag hết. Wieso schießen Sie dann hier in die Presse gekommen? Alles versaut, ich. Okay, wie willst du schießen? Ha, ey es ist sehr langweilig. Ich bin bei mir kampf beim ersten Mal. Ach so, ja okay. Ciao. Dann wird das Problem ja gefixt. Lasst du gesehen, ich war immer Baseballspieler im Baseballverein schon. Du hast auch schon früher so ein Taubelicht. Wer hat denn den eingeladen? Wahrscheinlich, oder? Mein Herz! Was hast du für eine Staatsangehörigkeit? Das muss drin sein! Bitte! Das muss drin bleiben! Da ist ein Tier drin! Können Sie mal kurz beschreiben, wie das war? Sehr elegant und eine Prise. Edel. Kann man den Lungen? Nö, Edel. Ja. Wir machen jetzt ein paar Fußball-Trackshots. Und zwar gegen die Lappen. Du Lappen! Das kommt in die Outtakes. Ja. Liegt die noch? Nein. Nein. Das ist ein Tier. 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 Ich bin nicht. Oh, fuck. Ich hab hier meine Hand getreten. Ah. Domme. Wer findet mein Finger auf dem Bild? Komm schon, Flasch! Nein! Nein! Ich kann nichts. Meine Eltern haben mich ohne Talente geboren.